Yo, hallo Leute, was geht? Hier ist euer Desiderion, ich bin back mit einer Runde World of Warcraft. Ne, ja, ich hatte davor schon ein kleines Let's Play gestartet, das aber nicht hingauert, weil unzureichende Tonqualitäten... Diese unzureichenden Tonqualitäten habe ich jetzt behoben, das heißt, man versteht mich jetzt endlich. Und ich kann vor mich hin, aber... So, weiter geht's im Text. Ja, ich habe gerade eben noch meine Dailies fertig gemacht. Und, also, die Dailies sind so Tagesquests, die man so am Tag machen muss. Und, jo. Dann springe ich jetzt mal in eine Runde. Hmm. Ich habe im letzten Video darüber gequatscht, wie es vorher war, als ich YouTube gemacht habe, dass ich meine 10.000 Abonnenten hatte und so ein Kram und ich mich, also WoW spielen werde, bis ich ein bisschen eine größere Community aufgebaut habe. Das mache ich hier alles eigentlich nur just for fun, das soll auch nur so bleiben erstmal, also ich mache das hier nicht, weil irgendwie, nicht wegen wie die anderen Leute heutzutage, ich mache es einfach nur auch Spaß, deswegen habe ich mir auch so viele Leute angeeignet, die mit mir gespielt haben damals, das ist im Moment aber nicht mehr möglich, ich habe nicht wirklich viel Kontakt zu ihnen oder eher gesagt, haben diese Personen gemeint, ich soll erstmal euch, hocharbeiten wieder und dann könnte ich auch mal wieder zusammen mit denen aufnehmen und so weiter und so fort. Es ist immer noch, also es ist wirklich eine Qual, ich habe wirklich jetzt eine halbe Stunde aufgenommen und man merkt dann am Ende echt, es ist für ein Arsch gewesen, also es ist richtig immer noch traurig. Und jetzt seht ihr mich eigentlich nur den ganzen Tag angeln, das ist ziemlich fahrt. Davor gab es nämlich ein bisschen Action, ich habe ein bisschen gequestet, habe meine Quests fertig abgearbeitet und jetzt will ich meine Daily hinter mich bringen für heute. Weil ab 6 Uhr macht dann die WoW heute dicht, ne 5 Uhr und dann wird erstmal ein bisschen gearbeitet bis 6 Uhr, das heißt eine Stunde lang bin ich erstmal AFK dann in die WoW und das ist ein bisschen, naja trocken würde ich sagen. Ey das ist so langweilig, hier gibt es nichts, kann ich auch woanders die holen, nein kann ich nicht. Oh doch, ich habe eine, oh endlich. Naja, auf jeden Fall ging es halt darum, warum ich letztes Mal YouTube beendet habe, weil ich von der, also die Reichweite war cool, die Leute waren cool, alle waren cool drauf, aber irgendwann mal hat, hat halt auch, habe ich halt gemerkt, für mich war es nicht gut wegen der Schule. Ich habe mich zu sehr ablenken lassen und deswegen habe ich jetzt einfach gesagt, einfach so während der Ausbildung ein bisschen just for fun Videos aufnehmen, einmal im Monat, höchstens versuchen ein Video zu bringen. Also wenn es geht, wenn es geht, wenn es nicht geht, werde ich vielleicht informieren, aber es kommt jetzt erstmal die Frage, ob das Video gut ankommt und wenn das Video gut angekommen ist, obwohl wir jetzt nur angeln werden, also how to angel in WoW mit einem Angelnoob. Ja, auf jeden Fall kann ich ganz viel labern jetzt eigentlich, weil ich gerade angle, anstatt irgendwas interessantes zu machen und da habe ich einfach mal gerade überlegt, ich labere jetzt einfach mal. Zum Beispiel würde ich auch mal euch bitten, vielleicht mal Fragen reinzustellen, damit ich irgendwie euch eine Frage-Antwort geben kann und so weiter und so fort, also ich werde auch heute, also ich werde ab heute ein bisschen mehr darum kümmern, dass ich ein paar Videos mehr hochlade im Moment, aber ich muss halt gucken. Das ist irgendwie auch gerade hinkriegt, das Problem ist, ich hatte besseren Gesprächsstoff in der letzten, uh, in der letzten Aufnahme, weil da habe ich auch wirklich mehr zu erzählen gehabt, jetzt habe ich nichts mehr zu erzählen, weil ich denke, das ist alles schon abgearbeitet, ich könnte das eigentlich alles wiederholen, aber das ist echt voll die Arbeit. Ah ja, ich habe meinen Toaster übrigens eingetauscht gegen einen High-End-Toaster, klingt immer noch wie ein Toaster, ist aber kein Toaster, sondern es ist ein... Ich mache das später mit der Quest. Kann ich so... Ja, ich kann erst mal gucken, ob ich in den Dungeon... Ob ich in den Dungeon reinkomme... Dann kann ich euch vielleicht noch so ein bisschen Kampf liefern... Oh, ja, geil! Wieso ist der Tank raus? Ich bin doch der Tank. Was geht denn jetzt ab? Habe ich mich nicht als Tank eingesch... Ja, ich habe mich als Tank eingeschrieben. Äh, Ugel. Dauert nicht mehr lang. Jetzt fehlt noch ein DD und dann kann es losgehen. Da ist nämlich Sarah sink63. Und da haben wir unsere Ellen in Klee. Ja. 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 Vielen Dank. 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 Du Scheiße, ey. Mann, 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 Mann. Achso, ja. Und vorne rein. Ich glaube, ich habe das fünfmal schon im Video gesagt. Ich mache YouTube nur just for fun. Okay, Jungs und Mädels. Hold rein. Hold rein. Ciao.